Ich höre Sie, Delta. Laut und deutlich. Alle Seher sind neukalisiert. Machen uns auf den Weg zu Alpha. Das ist großartig, Delta. Standby für Alpha. Hier ist Alpha. Wo zum Henker steckt ihr? Bert, scheiße, Mann. Wo warst du? Delta-Trupp ist im Haus der Souveräne. Over. Großartig. Wir werden von Troikas auf eurem Dach festgehalten. Verstanden. Bleibt ruhig. Wir schalten Sie aus. Wir gehen nirgendwo hin, Sir. Delta out. Findet die Troikas. Feind in Sicht! Achtung! Sie kommen! Ja, ja. Feuer! Quitsch! Hab sie. Da sind sie, Mann! Yeah! Alpha, wir können euch sehen. Wir hätten gerne eure Munition bei uns. Und zwar jetzt! Willkommen! Delta Ende! Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Hier steht. Vier ist für mich. Die auber. Schnell! Auf geht's! Schnell! Markus, rechte Seite! Eine Male weniger! Auf geht's! Schnell! Markus, rechte Seite! Aufstehen! Guter Schuss! Guter Schuss! Flankiert sie! Stark! Flankiert sie! Stark! Wir müssen uns bewegen! Alpha wartet! Entschuldigung! Hier entlang! Das war früher mal ein schönes Gebäude! Voller Geschichten! Und voller Lüge! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Sein Verfahren war betrunken! Sir! Darauf! Das ist nicht! Ich glaube, es geht´s. Amen. Das ist nicht. Ich gebe jetzt zu Hause, nicht einfach nicht. Wir versuchen, es zu kassen und versuchen, Wir versuchen, das geschäuert wird. Es ist nur ein Gäuble. Schön! Verstanden. Sind jetzt im Abholbereich. Hagen, Sichtkontakt. Nix wie raus hier. Mann, in den Dingern wird mir immer kotzübel. Dann sitzt du wohl besser neben Markus. Komm zu Papa! Ja, ja, ja. Großumarmung. Wo ist Royas? Ja. Oh, Mann! Ja. 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 Locust! Entdeckung! Unterbeschuss! Sie kommen von der Seite! Ich freue mich über unseren Fortschritt. Sie haben wohl einen weiteren Trupp gefunden. Wir bleiben unserer Strategie treu. Schneidet man der Schlange den Kopf ab, stirbt sie. Wir werden siegen. Nur eine Frage der Zeit. Nein! Wir suchen Alpha und den Resonator! Kommt schon! Zentrale! Hier Private Phoenix! Nix. Lieutenant Kim ist tot. Wir sind jetzt in der Grabkammer und müssen hier wieder rausfinden. Wiederholen, Alpha. Kim ist tot? Positiv, Zentrale. Gefallen. Roger. Auf der anderen Seite des Gebäudes ist ein Hof. Das ist eure beste Chance. Verstanden. Hier bleiben können wir auf keinen Fall. Bernard. Richtig, du Arsch. Die Frage ist, wer bist du? Scheiße. Ruhe. Nicht bewegen. Was war das? Eine Berserkerin. Sie kann uns hören. Sie kann uns riechen. Oh Mann! Wir sind am Ende! Kurz! Oh mein Gott! Zentrale, hier Delta. Es ist eine Berserkerin in der Nähe. Bitte um Rat. Nicht schießen, Delta. Normale Waffen sind wirkungslos. Hast du noch den Hammer der Morgenröte? Positiv, Zentrale. Die Satelliten sind nur wenige Minuten verfügbar. Bringt sie nach draußen und setzt den Hammer ein. Er ist eure einzige Chance. Wilco. Delta Ende. Okay. Passt auf, Jungs. Wir wollen euch helfen. Und das werden wir auch tun. Ausrücken. Merd! Was hast du vor? Wir müssen sie leider dazu bringen, uns zu folgen. Wie ist das? Hallo? Halt, Halt, Halt! Warum ist das? Halt, Halt! Wart, Halt! Halt, Halt! Markus, Dom aus der Gefecht. 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 Markus, Dom aus der Gefecht.